Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de, Ihrem Online Outlet für Markensofas und ich zeige Ihnen heute diese Garnitur Francis von Koinor in der Kombination Zweier plus Longchair, Leder Atara Soft Juwel. Nun, Sie sehen Francis überall in jedem Möbelhaus. Sie haben hier diese Rückenverstellung und damit können Sie es sich natürlich sehr bequem machen. Doppelt oben, das obere Drittel geht separat, passt bis zur Liegeposition, hier ganz einfach nach hinten, zack und nach vorne, das obere Drittel muss ich separat machen und so habe ich einen wunderbaren Liege- und Sitzkomfort. Atara Leder, pflegelechtes Glattleder, pigmentiert, für Familien geeignet, Klappfunktion auf der Armlehne, alles gut. Ein kleiner Nachteil ist, Sie brauchen hier ca. 25 cm Platz nach hinten, weil die Rückenlehne dann nach hinten drüber raus steht. Also das müssen Sie einkalkulieren. Bequemlichkeit ist hoch, wunderbar. Hier kann man auch zu zweit drauf liegen, wenn man die Armlehne runter macht, auch klasse. Leicht wird die Garnitur durch die hohen Füße. Die Maße sind nicht so klein, wie die Garnitur aussieht. Sie brauchen ungefähr drei Meter Platz, drei Meter zwanzig sogar. Aber mit dieser hellen Farbe sieht die Gruppe trotzdem relativ zierlich aus. Francis ist im Moment, glaube ich, die Nummer eins oder zwei bei Coiner. Ein Mega-Modell, das Sie jetzt bei uns, Advertising, wesentlich günstiger werden können, weil es ein Kundenstern ist. 2.990 Euro plus 199 Fracht. Francis von Coiner lege ich Ihnen ans Herz, wenn Sie was Gemütliches haben wollen, was modern und leicht aussieht. Bleiben Sie uns gewogen. Schauen Sie immer wieder unter profischnapp.de slash neuheiten rein, was frisch kommt. Und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de